Ah, gesagt, getan, tun wir es gleich mal. Bam. 3, 2, äh, 2002, du, Odyssee. Odyssee, oh je, meine Mutter liebt auch Schnee. Yay. Ich hoffe, diese Weihnachten kommt ja nicht mal Schnee. Ich meine, gestern hat es schon mal so ein bisschen geschreit, so ein ganz kleines bisschen. Äh, Level, Poweraufgaben, Fehler, Blablabla, sind nur Namen. Interessiert gar nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Level ist, was ich denke, dass es das ist. Ja, es ist das Level. Ach so, na danke dafür. Ab mit dir in die Ecke. Schäm dich. Hast du ein paar Lebenspunkte gekostet, Arschloch. Dichser. Oh. Oh, ich weiß nicht, ob ich BWAR da schon mal glaube ich. Oh. Oh,hey, wie breakup auf! 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 8, 8, 8, 9, universally macht er ihr Schall wär lith 적ert. jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ich muss mal was gucken, erstmal alles einsammeln, was geht, was geht, wow, wer schießt hier, ich höre von links etwas, von da, ach da hinten, er leckt mich doch, leckt mich doch fit am Sack, so, ich muss jetzt mal testen, die KFA, ja, Autoschalker, gibt es hier doch, weil ich gerade ganz kurz nicht mehr sicher, obwohl ich mir sicher war, weil ich gerade ganz kurz ein bisschen so danken, so, hm, äh, kennt ihr bestimmt, immer wenn er aufsteht, hm, wieso bin ich aufgestanden, so, ein Feuer der Liebe, brennt er gar nicht, ein Feuer der Leber, Feuer der Leber, da brauche ich Wasser und viel Luft, ich frage mich erstmal, wie die Autoschalker bekommen, im Level, so, ich weiß noch, dass das hier eine große Fall ist, aber ich weiß nicht mehr, wie ich diese Falle umgangen bin, wie schon mal nicht, du stehst noch schon mal sehr, das kann den Weg kommen, ich weiß nicht, ob das gut ist für mich oder nicht, Ah, das war ja easy, was? Hä, wo denn? Hä? Nee, hier. Von wo wurde ich denn gerade abgeschossen? Ich wurde gerade von hinten abgeschossen. Unten war doch gar keiner. Warte, aber bin ich jetzt blöd? Ja, da wird er mit dem Normand machen. Ich könnte schwören, dass ich gerade von hinten abgeschossen wurde. Was ist das denn für eine Scheiße? Oder hat er wieder einen durch die Wand durchgeschossen? So einen Bug gibt es nämlich ab und zu. Das ist, wenn irgendwelche Leute so an der Wand stehen und ich jetzt genau dahinter, stehe ich ja praktisch hinter der Wand. Aber durch einen Bug kann er mich so ab und zu trotzdem abschießen. Da ist dann irgendwie die Kollisionserkennung von der Engine nicht ganz so glücklich gelogen. Das ist so gut. Aua. Mensch, das tut doch weh. Lass doch mal Ruhe hier. Oh, du weißt, habe ich mich schon gegenseitig umgebracht. Das ist sehr nett. Erspart mir eine Menge Arbeit. Oh my goodness. Alter, ich dachte schon, der Kanister reicht ihm aus, aber wir nehmen jetzt selbst einen Kanister zu wählen, um einfach mal zu sterben. Frechheit. So. Achso. Aaah. Haha. Ich werde intelligent. Alles weiter. Und einfach reingehen. Danke dafür. Danke dafür. Danke dafür. Mist gemacht. Goddammit. Oh ne, die Torrenner. So wie manche, die die Lost Souls hassen, haste ich hier die Pinkies. Ist ja schlimm mit denen. Also nicht schlimm, die sind ja sich nicht schwer. Also jetzt, wie man die besiegen kann. Aber die kostet halt einfach so viel Ammo. Das ist... War das gut? Ich weiß ja nicht. Fuck. Wow. Please let me alone. Alter, ich will diesen scheiß Kanister umbringen. Geht doch. Holy moly, was ist das denn bitte? Rennt da einer mit einer Axt rum? Ich glaub's nicht. Aber auch nicht, dass ich solche mal zur Sicht bekommen. Du diehst gleich mal. Außerdem heißt das die und ich die. Jetzt entkipp mal. Vollfrosten. Da ist noch Rüstung. Hier hab ich grad auch einiges gesehen. Ho-ha, ho-ha. So. Ungefähr hab ich doch wesentlich mehr gespielt, als ich dachte. Den outieren könnte ich nämlich auch. Wie gesagt. Äh, ebenso, ebenso, weil sowieso die Level, wo ich gerade gesagt habe, dass ich keine End. Aber wie soll ich denn das vorige Level nicht gekannt? Das verstehe ich nicht. Na egal. Auf jeden Fall ist das hier eine Falle. Wenn man dahin geht, lässt man sie aus. Und ich hatte damals eine Superstrategie, um die Falle zum Gehen. Ich weiß ja, wo er sich auch mal war. Hört mal aus hier. Uh. Ah. Ah, fehlt gut. Gut, viel, gar fehlt. Hä? Ja, man merkt, ich hab die schon lange nicht mehr gespielt. Wie ging denn das? So, die schieb ich auch erst mal dahin. Die lassen sich echt von nichts vereindrucken, die Viecher. Versteh das nicht. Ah, jetzt wird es die Monten. Okay. Ja. Man merkt, es ist schon ein paar Jahre her. Ein paar Monate. Vielleicht auch Tage. Ah, ja genau. So, und jetzt hier durchrennen. Oh nein! Äh, Hilfe! Das wollte ich nicht. Scheiße! Ich wollte eigentlich zurück in mein... Wo bin ich jetzt hier oder nicht? Macht das hier Sinn? Nein. Wow. Das macht mir eher Schaden als Sinn. Trinkt mir das hier ums Werfling, ne? Ich weiß nicht. Nicht wirklich. Äh. Hab auf. Warum gibt es das da unten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Jawohl. Genau so nehm ich. Haha. Danke, danke. Erst mal gucken. Ja, ist nachgeladen. Gut. Fuck off. Dankeschön. 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 So, da hinten ist noch. Ah, seriously? Gibt es da einen Grund? Da ist doch mindestens ein Teleporter. Und ich weiß nicht, ob der mich einfach nur wieder zurück hier auf die Bahn teleportiert. Weil das ist das einzig sinnvolle. Aber das kommt mir nämlich nicht mehr hoch. Von daher hoffe ich das einfach mal. Wisst ihr was? Ich spring einfach mal rein. Renne ein bisschen rum. Oh, da werde ich ja sehen, was mir das bringt. Schon wieder Schaden bekommen. Ja. Teleportiert mich nur hin und zurück. Es bringt also gar nichts. Ich guck mal hier ein bisschen nach Sequels. Das ist aber auch shit over round. Nichts mit Sequels. Wie komm ich denn nach? Ja, genau. Sympers. Das macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Das waren doch diese langen Wege hier. Das macht einfach sowas von keinen Sinn. Ich meine, das sieht verschick aus, ja. Fuck off. Fuck off. Ist mir egal. Ist mir sowas von Rille. So, wir haben die blaue Karte. Damit gehen wir hier hin. Feuer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Fuck. Ich will nicht mehr. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab's nicht mehr so gut. Na gut. Dann werden wir mal zu anderen Mitteln greifen. Geh mal auf jetzt hier. Oh, Alter. Meine Güte. Ich glaub, man sieht's hier gar nicht durch diese Scheißdinger da. Wow. Alter. Ich hab's nur auf, durch den Boden zu schießen. Hätt' doch mal ein bisschen mehr Bodenständig. Höhöh. Hör mal. Ich will noch die Bühne-Tatsachen bleiben. Gibt's hier rein? Ja. Aber noch nicht. Da würden wir während Leder... Äh, wofür? Wofür wird jetzt geschossen? Achso, von unten. Ja gut, unten zieht mich noch nicht. Ich bleib erstmal hier. Äh, äh, äh. So. Wow. Ok, ok, ok. Ähm, ist das jetzt eine gute Idee, was ich jetzt gerade vorhabe? Ich hab doch... Welche Taste war das jetzt hierzu? Ah, die. Ok. Gut, dann versuche ich, die mit Handkarnaten einzur... ...würzen. War das gut, Mami? Erb unten. Ok, ich wollte runter. Dankeschön. Oh ja. Es ist ein bisschen gut. Danke. Danke. Hä? Bin voll... Nice. Nice try. So, gucken wir mal. Ach so, kommt wieder auf, ne? Ne, auch nicht. Ach, wie war denn das? Ich sollte jetzt erstmal durchspielen. Das Problem ist halt, ich hab so viele Mods mittlerweile, so viele Mappacks, dass ich halt einen Mappack nur einmal spielen kann und dann halt schon wieder 10.000 andere habe, die ich probieren möchte. Ich mein, das ist natürlich schön für mich, da hab ich immer schon abwechseln. Ah, so war das. Genau. Äh, manchmal erst das Ding. Jetzt das Ding. Und jetzt so. Aha. Jawoll. Äh. Ja gut, das hat mir jetzt noch nichts gebracht. Äh, das kriegt mich doch. Warte. Schade. Aber, so ging das zumindest. Das mit die 200, das mit der blauen Perle da oben warst natürlich ein bisschen verschwendet, weil ich hatte bereits 200 Leben oder nahe zu 200 Leben. Aber. Vom Prinzip her war das gut. Mal wieder ein bisschen meine Kugeln einheizen hier. Genau, genau das dachte ich mir nämlich. Seid ihr eigentlich nicht? Ja genau, so. Du bist da. Halt. Ich nachgeladen. Klappe halten. Und herkommen. So. Und jetzt. Ich schätze mal, dass jetzt nichts, wo ich normalerweise sind soll. Ich muss mehr nach Secrets gucken. Wie viele 5 Secrets gibt es? Ich habe gerade mal ein einziges. Bis jetzt. Ist schon hartraurig. Das war das da oben. Also. Das, was ich gerade eben verschwendet habe. Danke dafür. Merkel. So. Wo geht es denn? Oha. Ich habe Angst. Ich will nicht mehr. Fuck. 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 Komm! Komm! Was ist denn Pinky, Alter? Was gibt's denn hiervon? Meine Güte, Alter. Dankeschön. Trinkt mir das was? Ne, ne? Woah! Oh, leck mich! Dann nach! Schneller! Danke! Danke! Oh, alle! Oh, was nimmt die? Hä? Ach so, diese Treppe! Och, leck mich doch! Mann, ey! Ihr seid doch alle querschnitt gelebt! War das jetzt egal? Ich glaub nicht! Ach so, jetzt ist das alter! Das ist hier? Oh! Wow, der macht sich vorbildlich hier! Äh, oh, ich glaub ich weiß, was das hier ist! Oh, alter! Äh! Äh! Alter! Lass mich denn, du Arsch! Danke dafür! So! Ah! Ich lebe lieber doch dich! Ne, doch! Ich lebe dich! Wie war das? Ach doch! Ah, ich hab ja nicht so ein Ding! Hä? Hä? Geh ich doch! Wie war denn das jetzt? Oooah! Irgendwie musste ich hier immer mal wieder rum. Ah, genau. Ah, Gott. Da habe ich nicht mal gesehen, ob ich es nicht wieder kann. Jetzt muss ich aber schnell zurück. Ich kriege ein Wald deswegen. Hm, reiche ich jetzt einfach raus, oder? Ich glaube, ich will noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Sind die ersten Shotgunner? Ah, mach ich mal sehen. Bitte, lass mich in Ruhe. Hallo? Wie lernst du hier nicht nach? Du Fehlgeburt. Ich hätte mal in keinem mal schicken sollen. Raus. Ach, du Kacke, ach, du Kacke, ach, du Kacke, ach, du Kacke, du bist jetzt. Oh, alter Ernst, hab ich jetzt nicht mehr. Reicht mir jetzt. Hä? Der Kinn ist aber noch drei Kilometer von mir entfernt. Wieso bin ich denn davon gestorben? Oder war da noch einer? Danke. Meine Güte. Geh hoch. Danke. Gott damn it. Das war mir zu viel Action. Nein. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Ich glaube, ich brauche ein Arzt. Das rot. Oha. Weg. Nein. Oh mein Gott, vom Ring in die Traufe. Ich kenne die Falle. Oh Gott. Oh Gott. Ich sag's, ich kenne die gesamte Map. Ich kenne echt die gesamte Map. Oh ja, mit der hatte ich Freude. Ihr müsst wissen, diese Falle ist sehr, sehr tückisch. Man geht da rein und wird sofort überall umbringt. Also, da geht's auf, da geht's auf, da geht's auf, da geht's auf, da hinten und da geht's auf. Und dadurch, dass aufweisen Pickies kommen, ist man quasi wegtechnisch komplett blockiert. Man kommt nicht mehr raus. Man muss erstmal alle Gegner, die einen umbringen, erstmal komplett fertig machen, damit man auch irgendwie nur irgendeine Chance hat, da irgendwie rauszukommen. Von daher, Minigun und auf geht's. Habt ihr's gehört? Ich will den ja. Oh, Alter, das ist wieder vor. Alter, Leute! Habt ihr warm. Ernsthaft? Was stimmt nicht mit euch? Oh. Alter, Ernsthaft jetzt. Oh, ja, ja, ja. Wie kommen die denn alle her, hier? Alter, was hast du denn hier gerade alles geöffnet? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, ja. Okay, ich brauche noch jetzt eine Strategie. Ich brauche noch eine ganz andere Strategie. Die Frage ist nur welche. Ich habe keine. Äh, Granaten. Grückt mir genau gar nichts? Geht das? Ja, es geht. Leco mio! Wow. Für eine spontane Idee war die Idee ganz schön gut. Lol. Let's take von mir. Jetzt alle Geertetikungen. Aha. Habt ihr gemerkt, das ist das, was ich meine? Ich mache kurz die Tür auf. Ich mache kurz die Tür auf und schon bringen sich alle Geertetikungen. Das ist voll, voll funny. Oh, ich glaube, das wurde ich gerade getroffen. Bei mir hört das Spass aber auf. Oh, ich glaube, da muss ich werden. Da muss ich werden. Ach, von hier kamen sie. Ne. Hä, warum kamen die denn? Waren noch auch ganz viele. Oder ist das blöd? Ja, ich war blöd. Hä, ich habe vier Secrets gefunden? Welche vier Secrets habe ich denn gefunden? Hä? Ach, da waren alles Secrets. Ah. Baumgut für einen Raum zwei Secrets. Das macht keiner. Ach so, halt. Ich gucke gerade weit rum. Ja, okay. Alles richtig. Alles richtig. Ja. Okay. Das macht sense. Und ich mache eine Sensor. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach da. Genau. Boah, ich habe alle Karten, also ich kann hier lang. Lappe. Oh, Alter. Ernsthaft jetzt? Fick die Wand dann. Fick die Wand dann. Oh. Weg mit dir. Macht mir Angst. Schleine, Jan. Ach, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich die? Warum nicht? Ja. Du solltest aufgehen. Hm, hm. Ich soll erst mal jucken. Danke. Danke. Oh. Oh, wird schon voll. Das ging ja auch schnell. So, und jetzt. Weiterversuch. Und wir, du triffst wieder dich. Alter, ich stand genau vor dem. Und er trifft mich. Wie kann denn das sein? Ah, geht doch. Meine Güte. Also, Mann, zwei. Stellt sich Gistertum auf echt scheiße an. Halt. Hier war noch was. Hier war noch ein Secret. Wo war das? Hä? Oder war das gar nicht hier? Nee, war doch nicht hier. Nur gerade mit dem Raum erwechselt, weil der Raum so aus sah wie so ein Raum, wo ein Secret drin war. Gut, jetzt ist immer noch die Frage, wo ist das fünfte Secret? Äh. Ich meine, letztendlich ist es auch relativ egal, weil wir haben eigentlich alles. Und wie gesagt, es ist ja nicht so wie bei Doom for Doom, wo ich denn irgendwelche Belohnung bekomme, wenn ich alle Secrets habe. Außer das, was ich halt im Secret selber finde. Kann man ja quasi auch als Belohnung bezeichnen. Oder ist ja quasi eine Belohnung. Gut. Von daher würde ich mal sagen, das war's. Haben wir gut geschafft. Haben wir. Ja. Ach du Kacke. Oh Gott. Ähm. Ja. Dann bis zum nächsten Level. Ciao mit V.